Ich will hier über ein sehr wichtiges Wort sprechen und was uns eine sehr große Lehre bringt. Wir leben in einer Welt mit sehr vielen Turbulenzen, wirtschaftlich gesehen. Und es gibt einen Fluss, wo du, und es gibt einen Fluss, wo du dort drin eintrittst und du läufst mit dem Fluss mit, so wie die Welt geht. Aber für uns, die wir Christen sind, gibt es einen Ausweg, gibt es eine Richtung, gibt es Befreiung von uns, es gibt einen Gott, der bei uns ist. Wenn das, was ich heute hier predigen werde, wenn die Präsidentin Deutschlands heute hier wäre, dann würde sie gesegnet von hier hinausgehen. Wenn Obama hier sitzen würde, dann würde er gesegnet von hier hinausgehen und mit der Lösung für sein Leben. Denn es ist ein Weg. Wenn wir das tun, dann kümmert sich Gott um uns. Und Gott segnet uns. Und das, was Sie immer sagen, dass Gott das Beste für unser Leben hat, dann wird das für unser Leben in diesem Jahr eine Wahrheit werden. Amen. Amen. Es ist ein Thema, das so Streitfragen aufwirft, aber es wirft Streitfragen auf, weil es segnerisch ist. Ein Thema, wenn du dort jemandem das Evangelium predigst, damit er gleich Druck auf dir ausüben kann. Er sagt so, Welche Farbe war Adam's Farbe? Sei lá, mein Bruder. Ich will doch nicht wissen, welche Hautfarbe er hatte. Ich will wissen, dass Jesus auch verstanden ist, lebt und für immer erinnert. Als erstes sagte ich hier, dass wir die Lehre nicht vergessen sollen. Vergesse die Lehre nicht. Was ist die Bibel für dich? Ist die Bibel nur das Neue Testament? Oder nur das Alte Testament? Oder nur das Alte Testament? Oder das Neue und das Alte Testament? Sind die Bibel. Für mich ist die Bibel das Alte Testament und das Neue Testament. Weil die Bibel das Alte und das Neue Testament ist, weil die Bibel das Alte und das Neue Testament ist. Befui die Bibel. Befui die Bibel das auch. Nichts. Vergesse die Lehre nicht. Befui die Bibel das auch. Befui die Bibel das auch. Sehr wichtig. Warum? warum wenn du die Gebote hältst dann werden dir hinzugetan werden Leben und Wohlstand sag das zu deinem Geschichtlichen halte die Gebote denn es wird dir hinzugetan werden Leben und Wohlstand Aleluia Prosperität und Rieche sind die gleichen Dinge sind Wohlstand und Reichtum dasselbe Prosperität und Rieche Wohlstand und Reichtum sind nicht dieselben Dinge Riecheza fala de Bens Prosperität fala de Bens interior und Bens Reichtum bedeutet Besitztum aber Wohlstand bedeutet innerliche Besitztum und auch äußerliche Reichtum Schau noch etwas anderes was sehr wichtig ist in all dem was wir gelesen haben Versichel 3 in Vers 3 steht geschrieben verlasse die Liebe nicht und auch die Treue nicht ne coloca isso wie eine Kette um deinen Hals nicht wahr schau dort die Kette von Anadolis alle schauen dort zu Anadolis eine Kette ist das dort Liebe und die Treue setze das als Basis zu wem zum Allmächtigen Gott sehr oft haben wir einen Gott aber wir haben keine Liebe zu ihm wir wollen treu sein aber nicht so sehr und er sagt behalte bewahr die Liebe und die Treue amein 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 queridos amein 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 dann fala pro teu irmão sag zu deinem tu vai achar graça wirst du gnade finden diante de Deus vor Gott e diante dos homens und vor den Menschen ne diante de Deus vor Gott wirst du Gott mit Freude wirken sehen diante du mit Freude mit Prazer Segen gibt uns mit Vergnügen vor den Menschen da bei deiner Arbeit da bei deiner Schule du bist unter die Gnade der Menschenfeind wegen der Liebe und wegen der Trüben Geschwister Vertraue auf den Herrn weil wenn man Vertrauen hat ganz sicher werden wir wunderbare Dinge sehen es gibt viele Versen uns confiieren in Carros outros in Cavalos e nós, porém wir fala aí pra mim nós, Pastor nós confiamos no Senhor Vertrauen auf den Herrn eu confio no meu Senhor ich vertraue auf meinen Gott né e diz também no livro de Jeremias und er steht auch in Jeremias geschrieben maldito homem verflucht sei der Mensch die confia no homem der auf den Menschen vertraut e faz do braço forte e faz do braço do homem und der aus dem Mann des Menschen o seu braço forte seinen starken Arm tô fora da bin ich nicht dabei eu confio no meu Deus ich vertraue auf meinen Gott deixa quem quiser confiar in Cavalo lass die die wollen auf Pferde vertrauen né deixa quem quiser confiar in Carros lass die die wollen auf Wagen vertrauen aber ich vou guardar os mandamentos do meu Deus vou lutar pelos ensinos dele na minha vida porque eu sei que quando meu Deus abre a porta ninguém pede quando meu Deus faz ninguém pode impedir eu sei da onde eu botei meu pé Deus vai estar comigo e ele vai me dar a vitória devido em certas situações que eu preciso aleluia não meu filho Deus está dizendo me honra o seu primeiro sentimento o seu primeiro lucro a sua primeira vitória o seu primeiro prazer me honra Deus não quer segundo Deus não quer terceiro mas ele quer as primissias das bênção que ele está derramando sobre sua vida aleluia aleluia fala pro teu irmão ele só quer o primeiro só primissias ele está dizendo me honra mas não é com o segundo não é com o primeiro ele com os primeiros frutos com os primeiros sentimentos com o primeiro lucro com o primeiro lucro são primissias é isso que ele chama de primissias isso quando eu faço atrai das zieht an das zieht den segen über minha família amém amém são sobre minha família não é com o primeiro não é com o primeiro eu